S.Y.E. Daya war eine russische Verwaltungsgliederung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die heute unter anderem zu Teilen in Kasachstan liegt. Es liegt im Tiefland von Turan am namensgebenden Fluss Südaya. Die Oberherrschaft wechselte um 1450 von den Timuriden an die Usbeken. Nach der Einnahme von Taschkent durch russische Truppen wurde am 11. Juli 1867 Dekasekunden General Government Turkestan mit den Gebieten S.Y.E. Daya gegründet. Alexander Vassiljevich von Kawebas initiierte im Jahr 1870 die Untersuchung der Tälern von Talas und Shui, die in den Kreisen Auliata und Schimken liegen. Ziel war das Bestimmen von möglichen Ansiedlungssorten für russische Dörfer. Den konkreten Auftrag erhielt der Militärgouverneur des Gebiets S.Y.E. Daya. Das Ergebnis war, dass die Kreise Auliata, Schimkent und Taschkent sich besonders für Ackerbau nach den Methoden, die die russischen Bauern bereits anderweitig praktizierten, eigneten, sodass bald darauf Zuwanderungsbewegungen einsetzten. Zur Unterstützung der Umsiedlung wurden mehrere Rejos zur Agrarforschung gegründet. Im Februar 1906 wurde der Rayon S.Y.E. Daya gegründet. Die regionale Regierung erkannte der Region den Status Stammgebiet Turkestans zu. Was bedeutete? Dass russische Neuansiedler gezwungen waren mit den bereits dort lebenden Stämmen in Verhandlungen zu treten, um Land gegen Geld zu erwerben. Wobei dieser Handel mit den nomadischen Stämmen offenbar durchaus leicht und billig durchführbar war. Nur 12,5% der Stadtbevölkerung im Gebiet waren Russen. Industriell war vor allem die Eisenbahn von Krasnoyzg bis Taschkent und Taschkent-Orenburg ein wichtiger Entwicklungsfaktor für die Region. Für das Jahr 1913 wurden nicht weniger als 113 Fabriken gezählt.